Der Begriff Karzinom steht für einen bösartigen Tumor, und zwar für einen soliden Tumor eines bestimmten Organsystems. Wir benutzen den Begriff nicht zum Beispiel für Lymphdrüsenkrebs, das sind Lymphome für uns oder für Leukämien, das ist davon abzugrenzen. Karzinome, das sind Bronchialtumoren oder Magendarmtumoren, aber der Begriff Karzinom sagt gleich aus, es ist ein bösartiger Tumor.